Hi Leute, ich wollte nur mal ein kleines Lebenszeichen von mir lassen, weil ich bin gerade am Bodensee unterwegs. Und ja, nur mal, falls sich manche Leute gewundert haben, warum ich nicht geschrieben habe, ich bin hier gerade am Bodensee unterwegs und bin ein bisschen selten. Habe hier auch kein Internet, nur ab und zu mal. Habe zwar ein Laptop dabei, aber habe hier kaum Empfang, vielleicht mal irgendwo in einem Internetcafé und das war's dann. Aber deswegen lade ich hier nur gerade ganz kurz schnell das kleine Video hoch. Ansonsten schöne Grüße an alle und macht's gut. Schöne Grüße hier vom Bodensee. Naja, und was ich noch sagen wollte, ich bin am Sonntag nach dem Podberg losgereist und werde wahrscheinlich so bis 26. allerspätestens bleiben. Genau, also bis dahin werde ich auch nur sporadisch Internet haben. Und dementsprechend wundert euch nicht, wenn ich auch nicht den YouTuber auf die Kommentare das so antworte. Genau.